Okay, wir gucken ins nächste Tor rein und die Gesichter sind ein bisschen länger, es ist ein bisschen Chaos hier auch drin. Team Edgar hat ein bisschen die Bude vollbekommen. Ich geh kurz zu Kevin. Papa Platte, du hast mit Henno auch so ein kleine Rauferei gehabt. Was war denn da los? Naja, der wollte hier die ganze Zeit immer... Also erst mal hat er uns vorher angelabert. Number five Art Rede Oh, oh. Ja, deine Perspektive. Also, Team Rot wurde physisch. Team Rot wurde physisch. Es wurden Bälle nach Abpfiff in unser Tor geworfen. Das geht gar nicht. Ich habe den Ref darauf aufmerksam gemacht. Da war er gerade dabei, mich aufzuhalten, irgendwas zu dem krummes Ding zu machen. Also, wenn hier Pete Smith langsam nicht VR einführen, dann gehe ich nach Köln in den Keller und trinke keinen Kölsch. Wir haben das nur gemacht, weil hier im Vorhinein Absprachen stattgefunden haben. Hey, lass mal alle bei Team Rot reinpacken. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe vor allem mit Kevin. Okay, also, die beiden machen noch ein bisschen weiter. Wir gucken uns so lange mal ins Tor Spandau.